Ich wollte ja nicht aufeinander schießen. Panther? Da hinten. Da sind Medikids. Oh ja, reicht es. Eins ist meins. Andere kann Westers haben. Ist okay, nehm ruhig. Ja, okay. Auch weiter hier mit dem Tischi. Achso. So, Weg eigentlich geradeaus. Der Weg geht glaube ich hier lang, oder? Oder so. Hier auf jeden Fall sehr nach Weg aus. Was war das denn für ein Molotov? Das war meine. Der hat immer so verrückte Molotov. Jetzt, wo keiner mehr da ist, schmeiß dann nur. Ja, aber hier liegt ja gleich der Nächste. Das ist nicht gut. Oh shit, ich hab gleich keine Muni mehr. Nein! Jetzt hab ich die scheiß Pipe. Nee. Wollen wir nicht tauschen? Okay, ich werfe ihn dir zu. Okay, dann werfe ich dir die Pipe zu. Mach das echt. Mach das echt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Beide ich jetzt aber. Hey Char-Char. Er hat mich. Lieg am Boden. Ich kann jetzt bitte nicht anschießen, weil ich keine Muni mehr habe. Special infected bitte hier einfügen. Ich liege am Boden. Ich bin down. Das ist ein Medikid. Und das ist bitter. Und Mover. Oh shit. Komm zurück. Ja, ja. Lauf ja schon. Also wirklich. Lauf doch nicht immer vor hier. Zurück, Wester. Das ist weiter zurück. Ich will dich in Molotow schmeißen. Geht schon. Nein, ich check alles. Er ist scheiße. Ich hab noch keinen Fall Typen aufheben muss. Na okay. Ist doch alles locker hier. Lauf nicht zu hauen. Du hast es nicht alles verdient gerade. Kriegst du einen Molly ab? Warum willst du nicht hier? Ja. Es kommt davon. Bitte von hinten. Ich soll ich nochmal. Cut ihn. Okay. Oh, meine Pumpe ist alle. Ja, meine leider auch. Meine hat noch fünf Schuss. Ich schnapp mir mal hier das Medikid. Nein, das ist meins. Okay. Hast doch eins. Das geht mit uns prinzipiell. Ja. Ein bisschen Muni wäre aber nicht schlecht. Ach, Quatsch. Also mal ein bisschen Muni. Muni. Muni vielleicht. Vielleicht ein bisschen Muni. Sobald du mag. Ja, vielleicht ein bisschen Hallo. Ein bisschen Muni. Ein bisschen Halo. Ein bisschen Soldaten. Hat keiner gesagt. Achtung, Hunter. Achtung, Hunter. Nicht zu mir. Du musst dich auch selber hören, Leute. Kann man dich jedes Mal sagen. Was denn? Was für Hunter? Ja, das wusste ich. Das haben wir doch alles mitgekriegt. Ja, das haben wir doch alles mitgekriegt. Das sehen habe ich nicht. Der Winter war weit. Smoker, Smoker, ab mich. Yo, wir sind auf dem Weg. Ich kriege ihn. Danke. Ja, und jetzt können wir nur noch zugucken. Die andere Seite runter. Ja, und? Äh. Wir sind fast da. Äh. Oh Gott. Oh, der hält aber auch viel aus. Leute, schnappt es euch, bevor er sie sich schnappt. Schnappt euch den Molotow. Schnappt ihn euch. Oh, ihr seid solche Drecksäcke. Ihr erlaubt mir keinen Spaß hier in diesem Spiel. Was für ein Spaß genug, Leute. Oh, Menno. Du plus Molotow. Äh, Witch. Aber du plus Molotow plus Linn. Ist scheiße. Hey, da ist eine Witch. Schmeiß mal Molly drauf. Jetzt können wir kuscheln. Jetzt können wir kuscheln. Wenigstens eine, die mich dann liebt. Ich bin drin. Ich bin drin. Rinn, rinn, rinn. Molly. Das ist aber eine ziemliche SM-Liebe. Oh, yeah. Du magst es. Und nicht anders. Warum kriegt ihr alle Erfolge und ich nicht? Weil du scheiße bist. In aller Stille. Was ist denn das für ein Erfolg? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Alle kriegen ihn wieder, nur ich nicht. So, ein Dreck. Hast du ihn vielleicht schon? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warum nicht? Ach, das ist der Erfolg für den Autofriedhof, lese ich gerade. Ah, okay. Da durchzukommen, ohne was anzuschießen. Genau. Das hast du vielleicht schon mal mit einer gewissen Person mit P hingekriegt. Kann gar nicht sein. Vielleicht bei dem einen Mal, aber sonst eigentlich immer, wenn ich mit euch spiele, endet, das ist ja sowieso im Chaos. Ja, vielleicht war ich nicht immer dabei. Ich bock erst mal hier. Was war das denn? Das jetzt mit dieser beknackten Szene, äh, wo du da den, 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 äh, Gabelstapler oder was es da ist so noch rumfahren musst. Ja. Ja, auf dem Paradewagen, genau. Hm. Ja. Irgendwas war doch da. Eine ganz tolle Szene. Äh. Ernsthaft? Das glaub ich dir nicht mehr. Dann lässt es. Ja, mache ich auch. Warte, zeug, 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 zeug. Nicht uns bombardieren! Warum zurück? Der war ein Zombie, den hat mich gekillt. Ja, das ist okay. Und du standst irgendwie im Weg. Ja, das ist passiert. Standard, ne? Ja. Auf die Polizisten musst du erst rauffahren, dass sie umfallen, da kannst du in den Rücken schießen. Na, okay. Ah, es ist halt nicht so ausgesehen, als würdest du das wissen, deshalb. Doch. Ich wollte nur, dass du jemanden von heute erst mal. Er wendet das nur nicht an. Aha. Halt ein Unterschied. Äh. Das ist wie, dass ich in Dark Souls nicht blocke. Er weiß, dass es das gibt, aber einsetzen wird das nicht. Das ist, oder, oder, Need for Speed umbremsen. Er brennt, er brennt. Doch, ähm, Dingens, hat man einen Tank, stimmt ja. Need for Speed umbremsen, ist das der Elbe. Ich weiß, dass man bremsen kann. Nützig aber nicht. Ich hab versehentlich einen Molli geschmissen, aber, es brennt. Ja, es sieht schön aus. Also ein Partsum ist ja da gekillt. Okay. Ja, ist voll klar. Ja, wollen wir gerade umdrehen. Ich renne wieder vor. Gar nicht, wa? Da ist der Jockey, der mich dahintreibt. Von hinten. So weit? Ja. Ich hör irgendwas krummeln. Mitten als ich gerade auf das Auto gesprungen bin, hab ich mir gedacht, scheiße, das geht jetzt bestimmt los. Aber zum Glück nicht. Wie gesagt, ich hab ja gesagt, ich hör was krummeln. Ah! Geht raus. Boah, ist das ein Drecksack. Na, Doppel-Molli. Aber er brennt. Doppel-Brennen. Ah, scheiße. Danke. Ah, nein. Gut. Aber wir haben noch den Defi. Der Defi hat mich getötet. Du schießt schon wieder. Ja, dener! Ja, dafür hab ich den Defi dabei. Ich hab hier so zwei Stufen von aus der Wand rausgerissen. Ja, für den Fall, dass ich jemanden tötet. Ja, genau, da liege ich. Hast du einen Medikit getroppt? Krieg ich nicht. Krieg ich nicht. Oh, jetzt brauch ich mal Hilfe. Vorsorglich, äh, vorher, äh, verwendet, ja? Danke. Ich hätte keins. Ach so. Oh, ja, Jockey. Hab mich aber nicht weitgebracht. Also, keine Panik, ne? Ich bin nicht vorgelaufen. Danke. Ja, ja. Zombies, von hinten! Medikit. Oh, shit. Der kam von oben, der ist runtergesprungen. Bitteschön. Haltst du dich wohl selber hier? Schieß gleich nochmal auf dich, der war nur ein Warnschuss. Ist schon geheilt. Verdammt. Tu es nicht. Das wär's jetzt gewesen, ne? Ja. Dafür nämlich den Molly. Ja, passiert. Und dann schieß ich dich ab. Ich fühl dich ja nicht so sicher. Ja. Ja. Mist, hast du klar? Ja, das war glaube ich ein Juni. Komm mal. Jetzt bin ich grau, du Arsch. Ach so. Ja, dann ist das ein... ...Gar-Gar-Gar. Ja, von mir aus. Sieht doch zu, wie er alleine klarkommt. So ein Arsch da oben. Oh ja. Sorry, ich brauch mal fünf Minuten. So. Wo hat sich jetzt der Vestas versteckt? Ich bitte... Muss er immer sterben. Ach, der war halt einfach so. Es tut mir leid. Naja. Ein Hoch auf die Gemeinde, ne? Ich lade nach. Bist du bescheuert? Hey, Bauer hat mich getroffen. Die First-Person-Sicht von dem sehen, oder geht das immer nur so von hinten zugucken? Leertaste. Ah, okay. Schnell ihn retten, bevor er meine First-Person ansieht, hier. Ich werde gerettet. Trauma fürs Leben. Weiter hoch, ne? Ja, ich werde weiter hoch. Double Headshot. Short, short. Da liegt ein Muni. Jo. Zum Glück. Beide habe ich dank, äh, jemandem jetzt keine tolle Waffe mehr. Zwar bestimmt die Person mit P. Und Lackner Arcana. Der habe ich mitgenommen, weil ich dachte, ich brauche Munition und dann kann ich oben an und dann... Nee, das ist ein Drasches Gewerbe, wie ich es gerade habe. Nee, liegt nur eine Machete und ein Runder. Na, ist auch egal. Das ist auch okay. Es gibt die Kurzdeckung. Okay, na schon. Und hier wartet mal da. Boah, das ist denn jetzt ganz unten oder hier? Ah, hier. Acker. Muss ich so einen Polizist selber killen, ey. Es ist nicht wahr. Oh, nee. Hier ist sicher. Nee, bei dir ist nie was sicher. Nee, aus dem Trick falle ich nicht rein. Vor allem nicht, weil ich jetzt hier wieder Molly habe. Scheiße. Da war immer noch kein Feuer. Hey, Baum hat nur einen ins Punkt. Ja. Baum, du bist tot. Ich war dafür, dass du ihn alle umgebracht hast. Ja, das ist okay. Gerechtigkeit muss sein, nur. Wie war das? Sehr schön, wenn ich vielleicht so paar Bedingke zu mir bin. Ja, ich bin nämlich auch grau. Von hinten. Von überall. Wie geht's hier runter? Da hinten wäre eine Treppe gewesen. Bleibt aber oben. Nur kann man eigentlich besser verteidigen als hier unten. Ja, wir können das hier auch auf den Balkons stellen. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Hunter. Jo. Fett in den Jockey. Fett in den Strain. Das ist mir super. Dacht ihr schon, ich habe jetzt den Westers getötet? Nö. So schnell tötet man mich nicht. Hm. Robi, er ist nicht aus. Ich habe noch einen Molly. Könntest du ihn ja auch mal auf unsere Gegner schmeißen. Na gut. Sinnfreier Molly! Wo brennt der jetzt? Irgendwo unten. Ich wollte ihn ja nicht zu euch werfen, ne? Gib dich auf.